Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Alpro Notmilk 1,49 Euro. Grünländer Käsescheiben 1,35 Euro. Barilla Pasta 1,69 Euro. Wildmann Salami 1,11 Euro. 100 Gramm Bio Baby Spinat 1,11 Euro. 3 Stück Romana Salatherzen 1,29 Euro. 400 Gramm Buschbohnen 1,99 Euro. 1 Kilogramm Senmarzano Tomaten 3,99 Euro. Blumenerde 3,59 Euro. 1 Kilogramm dunkle Pflaumen 3,49 Euro. 500 Gramm Erdbeeren 1,99 Euro. 1 Kilogramm Bio Orangen 1,79 Euro. 180 Gramm rote Bio Spitzpaprika 1,59 Euro. 1 Stück Bio Staudensellerie 1,29 Euro. 100 Gramm Pig Salami 2,19 Euro. 100 Gramm Schulte Salamitala 1,99 Euro. 100 Gramm Reinhardt Klosterschinken 1,89 Euro. 100 Gramm Fleischwurst 88 Cent. 100 Gramm Le Grand Rustic 1,99 Euro. 1 Kilogramm Schweinefilet 8,80 Euro. 100 Gramm Rinderfilet 4,99 Euro. 1 Kilogramm Schweinebauch 5,55 Euro. 1 Kilogramm Rindersuppenfleisch 8,99 Euro. 400 Gramm Putenbrust Innenfilet 4,99 Euro. Kerrygold Extra 2,39 Euro. Danone Aktimildrink 2,59 Euro. Ermann Almigurt 33 Cent. Schwarzwaldmilch 1,39 Euro. Rama Backen und Kochen 1,29 Euro. A La Bucco der Sahnige 88 Cent. Salakis Schafskäse Natur 1,69 Euro. Wiesenhof Hähnchen Grillbraten 1,49 Euro. Wolf Berner Würstchen 2,49 Euro. Steinhaus Bergische Salami 3,99 Euro. Dr. Oetker Pizza 1,99 Euro. Follofisch Wildlachsfilets 4,99 Euro. Iglo Filigro Ofen Backfisch 2,99 Euro. Iglo Kürbis Quinoa 2,79 Euro. Rana Tortelloni 2,69 Euro. 500 Gramm Rewe Bio Bulgur 1,49 Euro. Bio Ananas Direktsaft 2,29 Euro. 750 Gramm Bio Pommes Frites 1,99 Euro. Bio Sojasauce 2,29 Euro. Bio Kokosmilch 1,39 Euro. Nestle Kit Kat Serial 2,22 Euro. Kinder Schoko Bons 2,49 Euro. Koppenrath Feingebäck Wiener Sandringe 1,49 Euro. Jakobs Auslese 3,99 Euro. Segafredo Kaffee Crema 9,99 Euro. Baria Pesto 1,89 Euro. Benz Original Express Reis 1,49 Euro. Heinz Soße 1,49 Euro. 200 Gramm Glutnuss Kernmischung 2,99 Euro. Maggi Ravioli 1,59 Euro. 1500 Milliliter Coca-Cola 1,11 Euro. 2 Liter Pfanne Ice-Tee 1,29 Euro. 10 Dosen Coca-Cola 4,99 Euro. Monster Energy Drink 95 Cent. 12 Stück Römerwall Mineralwasser 4,29 Euro. 20 Stück Warsteinerpilz 10,49 Euro. 20 Stück Budweiser Premium Check Lager 13,99 Euro. 20 Stück Bitburgerpilz 10,99 Euro. 6 Stück Peroni Nastro Azzoro 4,99 Euro. Faber Sekt oder Light Life Alkoholfrei 2,49 Euro. Riesling Steillage 2,99 Euro. Mucho Masroth 4,99 Euro. Malibu Kokos Likör 9,99 Euro. Sky Wodka 10,99 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020